Meine Damen und Herren, willkommen zur Siegerung der Co-Junior-Pipstour, der Master 2.19 bei den Damen. Und wir holen jetzt die besten vier Team von diesem Turnier hier zur Siegerung in den Center-Tour. Wir haben jetzt eine Präsentation für die besten vier Jogatrici der Co-Junior-Pipstour, Master-Andi-Distanao-Feminile. Auf dem vierten Platz, meine Damen und Herren, das Sieg mit Mara Becher und Celin Baumann. Forte classificata, tanto Mara Becher und Celin Baumann. Auf dem dritten Platz, die beiden Damen, Silvia Gonzalez und Alessia Ferrazzo. Auf dem zweiten Platz, Silvanchi und Vivian Kuiar. Auf dem zweiten Platz, Silvanchi und Vivian Kuiar. Und Platz 1, da kommt schon ihr Pitchtour bei der Master 2.19 Damen. Das Team mit dem dritten Platz, Silvanchi und Vivian Kuiar. Und Platz 1, da kommt schon ihr Pitchtour bei der Master 2.19 Damen. auf dem Ich bin der Kanzler von Sibelius-Cilaratti. Ich bin der Kanzler von Sibelius-Cilaratti. Die Kanzler von Sibelius-Cilaratti und der Junior-Kanzler, Drei Bertha und Filari-Gilaratti. Vielen Dank. Für den dritten Platz leiten wir Michel Maretti, Präsident die Scholle auf Corona. Für den zweiten Rang im Bereich Claudia Pesci, KPR Sponsoring. Für den zweiten Rang im Bereich Claudia Pesci, KPR Sponsoring. Für den zweiten Rang im Bereich Peter Thomas, KPR Sponsoring. Für den zweiten Rang im Bereich Claudia Pesci, KPR Sponsoring. Für den zweiten Rang im Bereich Claudia Pesci, KPR Sponsoring. Für den zweiten Rang im Bereich Claudia Pesci, KPR Sponsoring. Vielen Dank für's Zuschauen!